Eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Impfversorgung von Krebspatienten ist auch die Impfversorgung des Umfelds, der Familie, der Kontaktpersonen, Haushaltsmitglieder, auch der Berufskollegen. Wieso? Aus zwei Gründen, nämlich einerseits, dass die umliegenden Personen sich ebenso vor Erkrankung schützen, aber viel wichtiger ist in diesem Fall, dass jeder, der geimpft ist, nicht ansteckend für einen Krebspatienten sein kann. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir ja nicht wissen, ob alle Impfungen bei Krebspatienten sehr gut angehen, aufgrund der Schwächung des Immunsystems, also ist die Umgebungsprophylaxe, sprechen wir das, ein ganz wichtiger Bestandteil der gesamten Impfversorgung von Krebspatienten. Im Idealfall sollte eben bei einem Krebspatienten immer die Familienmitglieder mitkommen, der Ehepartner mitkommen, die Kinder, Großeltern, je nachdem in welchem Alter sich die Krebserkrankung befindet, um diese komplexe Behandlung der gesamten Familie hinsichtlich Impfversorgung durchführen zu können. Für die Angehörigen gilt ganz besonders, dass sie nicht ansteckend sein dürfen mit sehr hoch ansteckenden Erkrankungen. Das heißt, man muss bei allen Angehörigen schauen, ob ein ausreichender Schutz gegen Masern, Mumps, Röteln und Feuchtblattern vorliegt. Das sind Erkrankungen, die durch Tröpfcheninfektion sehr leicht übertragen werden. Und daher ist im Vordergrund, dass man überprüft, sind die Angehörigen immun. Wenn nicht, sollten sie sofort geimpft werden. Sie können im Unterschied zu den Krebspatienten mit lebenden Impfstoffen geimpft werden. Und das ist eine der ersten Maßnahmen. Natürlich gehört bei dem Umfeld genauso gut dazu die Influenza-Impfung. Auch hier gilt dasselbe. Je mehr geimpft werden, desto weniger können Personen ansteckend für die Krebspatienten sein. Dasselbe gilt aber auch für andere Erkrankungen wie Keuchhusten zum Beispiel. Auch hier muss man unbedingt achten, dass diese Kombination Tifterität und Keuchhusten vom Umfeld getätigt wird, damit man nicht so ansteckend ist. Und unter Umständen kann auch vernünftig sein, Impfungen zu machen wie Pneumokokken, wenn das Umfeld, die Umgebung im entsprechenden Impfalter für Pneumokokken-Erkrankungen steht. Ich glaube, beim Umgang mit einer Krebskrankheit gehört dazu, dass man das Thema auch im Freundeskreis und am Arbeitsplatz anspricht. Deshalb eigentlich, um einen vermehrten Selbstschutz zu haben. Hier soll man das Thema Impfen ansprechen. Hier ist oft den Mitmenschen, den Kollegen nicht bewusst, dass sie selber ja eigentlich eine Infektionsschleuder durchdarstellen. Und daher, man wirklich bittet die und informiert, dass es wichtig wäre, dass zum Beispiel gegen die Influenza auch die Arbeitskollegen geimpft sind, damit sie nicht ansteckend für mich als Krebspatient sein können. Diese Info kann proaktiv von jedem Krebspatienten in den Freundeskreis oder die Arbeitskollegenschaft gebracht werden. In der Regel ist es so, dass auch Lebendimpfstoffe nicht ansteckend sind für das Umfeld. Wir wissen zum Beispiel, dass eine Masernimpfung nicht zu einer Ausscheidung von Impfmasernviren führt. Und daher ist das Umfeld nicht gefährdet, wenn es im Umfeld ein Immunsupressmierter ist. Es gibt eine einzige Lebendimpfung, wo man vorsichtig sein sollte. Das ist bei den Varizellen. Manches Mal, ganz selten kann es dazu kommen, dass der geimpfte sogenannte Impfvarizellen, Impfwindbocken entwickelt. Und wenn dann solche Bläschen sich ausbilden, auch wenn es nur ganz wenige sind, ist der Inhalt dieser Bläschen mit Viren gefüllt. Und hier soll kein Kontakt dieser Personen mit Immunsuprimierten sein, denn rein theoretisch könnte durch den Bläscheninhalt eine Infektionsübertragung stattfinden. Für alle anderen Impfungen gilt, dass es hier keine Sorge ist, dass diese Impfung übertragen werden kann. Einziger Unterschied ist heuer vielleicht, dass Kinder, die gegen Influenza mit dem Lebendimpfstoff, mit dem nasalen Impfstoff geimpft werden, die können sehr wohl über die Nase dieser Impfviren ausscheiden und sollten nicht unbedingt bis zu einer Woche nach der Impfung Kontakt haben mit Immunsuprimierten Krebspatienten, wenn das zum Beispiel die Omi oder die Eltern sind, dann sollte hier vorsichtig umgegangen werden.